Passion oder Passion? Geht es jetzt um den Weg des Leidens von Jesu Christi in den Tod oder geht es um den Weg der Leidenschaft von Tony Robbins zum Erfolg? Du wirst staunen, dass der Unterschied gar nicht so groß ist. Viel Spaß bei diesem Podcast. Dies ist der Podcast über Modeling und NLP von Ralf Stumpf aus Berlin. Hier gibt es schöne Gedanken, mentale Werkzeuge für ein gutes Leben. Jeden Dienstag. Heute ist die Folge Nummer 131 von Dienstag, dem 22. Oktober 2024. Dienstags kommt der Podcast. Donnerstags ist ein Webinar. Und am Samstag gibt es was zum Lesen, den NLP-Essay, wo es auch nochmal richtig in die Tiefe geht. Den bekommst du unter www.ralfstumpf.de slash Newsletter. Heute geht es um Passion, Passion, Leidenschaft. Lass dich überraschen. Als du den Titel dieses Podcasts gelesen hast, was hast du gelesen? Hast du es Deutsch oder Englisch gelesen? Passion oder Passion? Es schreibt sich ja gleich das Wort. Und es könnte drei, im Grunde sogar vier verschiedene Bedeutungen haben. Also wenn wir mal bei dem wahrscheinlich aktuellsten anfangen, ist es die Passion. Wenn du jemals irgendwas von Tony Robbins und anderen von diesen Erfolgs- und Motivationstrainern gehört hast, dann weißt du, dass sie genau das predigen. Dieses Leben mit Leidenschaft. Live with Passion. Und darum kann ich mir vorstellen, dass das schon ein Wort ist, wo du zuerst dran gedacht hast. Wenn du ein bisschen altmodischer im Sprachschatz bist, dann kennst du das Wort Passion auch noch. Dass du vielleicht sagst, dass du passioniert irgendein Hobby verfolgst, eine passionierte Bäckerin bist oder ein passionierter Angler oder sowas in der Richtung. Oder du sagst sowas wie, eine frühbarocke Flötenmusik ist meine Passion. Das ist im Grunde dann genau wirklich das entsprechende deutsche Wort für Leidenschaft. Und beide, sowohl die Passion im Sinne eines Hobbys als auch die Passion, kommen natürlich ursprünglich aus der Passion Christi, dem Leidensweg. Ich habe mir das Wort auch ein bisschen angeguckt. Du weißt ja, ich folge gerne, wenn ich mich so einem Thema nähere, der Wortherkunft. Und zwar einfach deswegen, weil ich als NLPler, also als jemand, der sich mit neurolinguistischem Programmieren beschäftigt, bin ich der Meinung, weiß ich, dass hinter jedem Wort irgendwann in dessen Geschichte ein Vakok steht. Also ein sinnespezifisches Erleben, ein Sehen, Hören, Fühlen, Riechen, Schmecken. Und das heißt, am Anfang steht das Erleben und die Leute erleben und dann machen sie sich das Erleben irgendwann bewusst. Und wenn sich ein bestimmtes Erleben wiederholt, dann lohnt es sich irgendwann, dem Ganzen einen Begriff zu geben. Und so entstehen die Worte. Das heißt, es gibt keine abstrakten Begriffe. Wer immer dir auch erzählen möchte, dass es abstrakte Begriffe gibt, der lügt. Und das Wort Abstraktion bedeutet Abzug. Das heißt, da wird etwas auf etwas draufgelegt und dann angerubbelt und dann abgezogen und dann gibt es einen Abdruck. Das ist die Abstraktion. Und darum folge ich gerne den Worten, wo die herkommen. Und bei dem Wort Passion, das kommt wohl aus dem Kirchenlatein. Und das meint vom ersten Moment an den Leidensweg, die Leidensgeschichte Jesu Christi. Da kommt das Wort her. Ich bin leider nicht weiter zurückgekommen. Es gibt natürlich viele andere lateinische Worte, die mit Pass anfangen. Aber da fand ich keine Zusammenhänge. Pathos, pathetisch, pathologisch, das ist wohl eine Wortfamilie, die eben auch mit Leiden zu tun hat. Und da kann man sich natürlich wundern, also ich meine, dass bei dem Kreuzweg Jesu Christi man von einem Leidensweg redet. Ja, das versteht man jederzeit. Aber was will Tony Robbins mit dem Leid? Also warum wünscht er den Leuten ein Leben voller Leidenschaft? Weil dieses Leben mit Passion, live with passion, bedeutet ja dann eigentlich Leben mit Leidenschaft. Und vielleicht kennst du auch diesen halblustigen, volkstümlichen Spruch, Eifersucht ist eine Leidenschaft, die mit Eifer sucht, was Leiden schafft. Und das ist natürlich nett, das so zu formulieren ist aber falsch wortgeschichtlich. Und darum ist es auch mal spannend, sich das Wort anzugucken, Leidenschaft. Was soll dieses Schafft oder dieser Schafft am Ende? Und das Lustige ist, es kommt wirklich vom Schaffen. Also dieses, was Leiden schafft, ist gar nicht so verkehrt. Es ist nur leider Gottes genau in die falsche Richtung. Weil die richtige Richtung ist, das ist nichts, was Leiden schafft, sondern es ist etwas, was das Leiden erschafft. Also es ist nicht so, dass es zum Leid führt, sondern dass es aus dem Leid kommt. Und die Worte, die auf Schafft enden, sowas wie Freundschaft, Wissenschaft und ähnliche Sachen, die beziehen sich, also diese Nachselbe Schafft kommt, wie gesagt, vom Schaffen und auch von dem Schafft im Sinne von Stange, Trieb, etwas Aufstriebendes. Das kennst du ja von einer Pflanze, die hat auch einen Schafft. Und das heißt, die Wissenschaft ist das, was wir mit unserem Wissen erschaffen. Und auch die Freundschaft ist das, was eben zwei Freunde erschaffen. Es ist nicht so, dass eine Freundschaft Freunde erschafft, sondern Freunde erschaffen eine Freundschaft. Und von daher ist die Leidenschaft das, was du mit deinem Leiden in die Welt bringst, was du mit deinem Leiden erschaffst. Und jetzt merkst du, da kommen die Idee von Tony Robbins und die Idee von Jesus Christus plötzlich zusammen, wobei die Leute um Tony Robbins oder Tony Robbins selber einen Teil der Geschichte weglassen. Ich muss aber auch zugeben, die Geschichte vermarktet sich besser, wenn man den Teil weglässt. Aber im Sinne von Benchmark, Vorlage, Modell, wie kann man es gut machen, würde ich mal sagen, also was Jesus vorgelegt hat, ist schon nicht verkehrt. Also drei Tage Leiden schaffen die Erlösung der gesamten Menschheit. Das gilt es zu toppen. Und ich vermute, wir gestehen beide ein, das lässt sich nicht toppen. Also mit diesem Aufwand an Leid, das zu vollbringen, das ist dann doch ziemlich einmalig, wenn man die Geschichte glaubt. Ich gehe einen Schritt zurück und behaupte mal eine Sache ganz keck. Und wenn du der widersprichst, dann steht der Rest des Podcasts, steht auf dem wackeligem theoretischen Fundament. Aber ich behaupte mal einfach, dass in jedem Leben Leid vorkommt. Also ich will nicht so weit gehen, zu sagen, Leben bedeutet Leiden. Das wäre so eine buddhistische Idee. Aber ich glaube, es gibt kein leidfreies Leben. Ich glaube, zum menschlichen Leben gehört eine gewisse Menge an Leid einfach dazu, die ist da eingepreist. Da kommen wir nicht raus. Und rein wahrnehmungstheoretisch, wenn ein Leben komplett ohne Leid wäre, wäre es wahrscheinlich auch komplett ohne Glück, weil wir halt doch im Grunde nur Unterschiede wahrnehmen. Und wenn das Leid fehlt, fehlt auch die Wahrnehmung für das andere. Das heißt, wenn es immer nur schön und glücklich ist, dann wird es irgendwann nicht mehr als solches wahrgenommen. Das heißt, Leid findet sowieso statt. Es scheint aber nun so zu sein, dass wir Menschen das einzige Tier sind, was sich dessen irgendwann bewusst geworden ist. Also Menschen merken, es gibt Leid. Aus einer bestimmten Perspektive betrachtet sinnloses Leid. Da komme ich gleich drauf. Und da, wo ein Mensch ist, ist dann auch ein Warum. Also man fragt sich, warum dieses Leid. Und wenn du dich ein bisschen mit Geschichte auskennst und ein paar tausend Jahre zurückgehst, dann weißt du, dass alle Völker auf irgendwelche Ideen gekommen sind, dass das Leben der Menschen eigentlich mal irgendwann paradiesisch und leidfrei war. Und dann haben irgendwelche Menschen, manchmal auch irgendwelche Götter, irgendwelchen Blödsinn gemacht. Und damit kam das Leiden in die Welt entweder als Büchse der Pandora, was eigentlich ein Krug war, oder eben der Sündenfall und die Vertreibung aus dem Paradies. Jede Kultur hat da ihre Eigengeschichte, um zu erklären, wie das Leid in die Welt kam. Das heißt, es sieht so aus, das würde ich jetzt auch mal so formulieren, dass ein Leben ohne Leiden nicht möglich ist. Geht nicht. Menschen bedeutet eben auch, Leid zu erleben. Aber es scheint so, dass es große Unterschiede gibt, ob du das Leid als sinnlos oder als sinnvoll erlebst. So nach dem Motto, wenn schon Leiden, dann wenigstens für was Gutes, dann soll es sich wenigstens lohnen. Ich will jetzt nicht so tief in die Kiste greifen, aber so als kleinen Hinweis, die Logotherapie von Viktor Frankl, dem Psychiater, Psychologen, Psychoanalytiker, genau, Psychoanalytiker, der im KZ war, das ist im Grunde die Essenz von Logotherapie, dass wenn Menschen in ihrem Leiden einen Sinn sehen, sie unglaublich viel mehr Leid ertragen können, als Menschen, die ihr Leid als sinnlos erleben. Also wenn wir mal davon ausgehen, dass es Leiden sowieso gibt, dann ist die Frage, was fangen wir jetzt damit an? Wollen wir es jetzt quasi trotzig, rebellisch, als sinnlos ertragen und vor uns hinschimpfen? Oder geben wir dem Ganzen irgendeinen Sinn? Du merkst, wie ich mich der Leidenschaft nähere, also das, was das Leiden schafft. Aber ich mache nochmal einen kleinen Schwenk in mein Leben als Coach und als jemand, der sehr viel modelliert. Also was mich als Coach immer beeindruckt hat, ist wie oft das vorkommt, dass da Leute ins Coaching kommen. Ich meine, Coaching unterscheidet sich von Therapie, primär erstmal durch den Namen. Das heißt, wenn ich sage, ich biete Coaching an, kommt normalerweise eine andere Klientel, als wenn ich sage, ich biete Therapie an. Also ich biete Coaching an und ich erlebe es im Grunde seit 30 Jahren, dass da Leute zu mir kommen, wo ich mir denke, oh, hast du ein tolles Leben? Dir geht es so gut, du siehst gut aus, du hast einen tollen Beruf, du verdienst toll Geld, du bist im Großen und Ganzen gesund, du hast ein vernünftiges Sozialleben, oh, hast du es gut? Und dann sitzen diese wunderbaren, bewunderswerten Menschen vor mir und erzählen mir von ihrem Leid. Und ich merke, beides stimmt. Zum einen stimmt, die haben wirklich ein tolles Leben, die haben in ganz vieler Hinsicht ein tolles Leben und das führt unter anderem dazu, dass sie auf so Ideen kommen, wie Coaching, die zu nehmen und sich das auch leisten können, rein finanziell. Und sie haben Leid. Und dieses Leid, da brauchst du nicht zu kommen und von Leuten zu reden, die in irgendwelchen Kriegsgebieten sind oder die vor 2000 Jahren gelebt haben und die hatten doch ein viel größeres Leid. Ich glaube das nicht. Ich glaube, dass das subjektiv erlegte Leid halt immer so groß ist, wie es groß ist. Und es gibt Leute, die ein scheinbar objektiv riesengroßes Leid erleben, das ist für die aber subjektiv gar nicht so groß. Und andere Menschen haben scheinbar ein von außen betrachtet super glückliches Leben und leiden ganz fürchterlich. Das heißt, Leiden gehört mit dazu, auch bei den glücklichsten Leben. Und jetzt modelliere ich ja auch viel und treffe ja immer wieder Menschen oder beobachte Menschen, beschäftige mich mit Menschen, die in dieser oder jener Hinsicht wirklich Beneidenswertes haben oder sind oder können oder erreicht haben oder wie auch immer. Und wenn man modelliert, ist ja das Tolle, man kann die Leute befragen bis zum Anschlag. Und bei jedem, wirklich absolut jedem dieser Modelings ist mir im Laufe des Gesprächs oder im Laufe der Beschäftigung klar geworden, ui, die haben ganz schön einen Preis dafür gezahlt, für das, was sie da erreicht haben. Also noch mal ein ganz simples Beispiel. Irgendeinen Menschen, der die oder das grandios Klavier spielt. Also da sitzt am Flügel und die Fingerchen flitzen und die Töne perlen und es ist musikalisch und berührend und bewegend und du heulst rotz und Wasser, weil du so bewegt bist davon. Und du denkst dir, oh, so möchte ich auch spielen können. Dann wäre meine Frage, hast du gerade darum gebeten, dass du vermutlich ab dem Alter von vier Jahren jeden Tag mehrere Stunden am Klavier sitzt? Es gibt ein Buch über Karl Czerny, das ist der, der die gemeinsten und häufigsten Etüden geschrieben hat, also Klavierübungen und das Buch trägt den Titel Karl Czerny oder die Einzelhaft am Klavier. Also weißt du, wenn andere Kinder irgendwie draußen durch die Sonne tollen, sitzt du dann zu Hause am Klavier und übst Tonleitern. Ich will damit sagen, der Weg zum Spitzenpianist, Spitzengeiger, Spitzensportler, Spitzenschachspieler oder was auch immer, ist ein Weg, der einen hohen Preis fordert. Um nicht zu sagen, Leid. Ich habe mal in einer WG, ich war nicht oft in einer WG, aber zweimal war ich in einer WG und einmal hatte ich eine WG mit jemandem, mit einem anderen Mann zusammen und der war Koch in der Spitzengastronomie. Also der konnte wirklich, also der konnte kochen. Und ich war erstaunt, wie dieser Vollprofi im Kochen sich doch regelmäßig in die Finger schnitt oder sich die Pfoten verbrannte. Also ich denke, das musst du doch mal irgendwann eigentlich verstanden haben. Aber nein, in der Hitze des Gefechts, da kann man es wirklich sagen, also in der Hektik der Küche. Man greift halt mal daneben, man ist halt mal ganz kurz umbedacht und die Messer sind scharf und die Töpfe sind heiß und ouch. Das heißt, das tut weh. Oder wenn du dir noch ein anderes Bild vorstellst, ich denke an irgendwelche, falls du es mal gesehen hast, Füße von Ballett, Balletttänzern oder Balletttänzerinnen, also die Bilder von diesen Füßen, wenn du ein Herz in der Brust hast, wird dir der Anblick des Bildes bereits wehtun. Ich glaube, du weißt, worauf ich hinaus will. All diese bewundernswerten Sachen sind erkauft mit einem Preis, den die Menschen bezahlt haben und dieser Preis heißt Leid. Das heißt, wenn du etwas deine Leidenschaft nennst, dann sagst du damit, dass du dafür bereit bist, zu leiden. Und ich sage dir dieses eine, weil ich es wirklich in meinem Leben beobachtet habe, in ganz vielen Modelings. Die Leute, die irgendwas Tolles, Großartiges erreicht oder geschaffen haben, die haben dafür gelitten. Aber, jetzt kommt das Witzige, häufig nur von außen. Also, okay, also ich persönlich kenne jetzt keinen Pianisten, der sagt, wie ekstatisch, genial, geil das war, Stunde um Stunde Tonleitern zu üben. Aber, so richtig unangenehm, also so ganz fürchterlich unangenehm, fanden sie es dann meistens doch nicht. Weil darum haben sie es ja gemacht. Das heißt, die Leidenschaft ist das, wo du dir denkst, da stimmt das Verhältnis. Also, wo du dir denkst, um dieses Ziel zu erreichen, muss ich ein gewisses Maß an Leid auf mich nehmen, aber es lohnt sich. Weil, das, was ich dafür bekomme, ist tausendmal mehr wert. Und, die Stelle im Leben, wo deine Rechnung so aussieht, das ist deine Leidenschaft. Weil in dem Bereich sagst du, da ist es wert, dass ich mit meinem Leiden etwas schaffe, dass ich dafür leide, nicht deswegen, oder nicht aufgrund dessen, sondern wofür. Und, also, guckt ihr, irgendwelche Bergsteiger, ich habe mal irgendeinen Bericht über Reinhold Messmer, Messmer, Messer, ich war Messmer, gesehen im Fernsehen, da hatten sie erwähnt, wie viel Zehn der noch hat, oder nicht mehr hat. Also, ich würde mal sagen, ungefähr 50, 50. Naja, man verliert halt, das eine oder andere am Berg. Und, er hat das erzählt, und hat dabei gelacht, er hat gestrahlt, das ist ein fröhlicher älterer Herr, dem, glaube ich, sein Leben wirklich Spaß gemacht hat, und der es begeistert hat, und er hat es ihm halt ein paar Zehn gekostet. Ja, mein Gott. Ich glaube, wenn du Pianist wärst, und beim Klavierüben Zehn verlieren würdest, würdest du dir das vielleicht nur überlegen, und sagen, nein, das bin ich nicht bereit, dafür zu bezahlen. Und das ist die Frage, wofür bist du bereit, es zu bezahlen? Und, wenn Tony Robbins und andere Leute einem ein Leben mit Leidenschaft wünschen, live with passion, dann ist das eigentlich die Frage, was in deinem Leben ist dir so wichtig, dass du dafür bereit bist, den Leidensweg zu gehen? Und damit sind wir wirklich original bei der Passion Jesu Christi, weil auch bei ihm war ja die Frage, wofür das Ganze, und da sagt es halt die christliche Überlieferung, dass er die Menschen, die Menschheit so geliebt hat, dass er dafür bereit war, diesen Leidensweg zu gehen. Wie gesagt, drei Tage Leid, einmal die Menschheit erlösen, den Deal würden vermutlich einige andere auch eingehen, weil, wenn du Klavier spielst, dann geht es nicht um drei Tage Leid, dann geht es um 30 Jahre Leid, wobei man dazu sagen muss, es ist dann wahrscheinlich im Vergleich doch geringer, als das, was Jesus damals erlebt hat. Trotzdem, kommen wir genau zu diesem einen Punkt, wofür bist du bereit zu leiden, oder um jetzt den Faden von vorhin wieder aufzunehmen, wenn ohnehin in jedem Leben ein gewisses Maß an Leid mit drin ist und du nicht drumherum kommst, weil es halt mit drin ist, dieses gewisse Maß an Leid, dann ist es allemal besser, wenn das Leid nicht sinnlos ist, sondern für irgendetwas gut ist, wenn es einen Sinn hat. Das Wort Sinn kommt übrigens von dem Wort Weg. Das heißt, es führt irgendwo hin. Es hat, wie Immanuel Kant sagen würde, einen Zweck. Das ist sein Wort für Ziel und ich finde das auch ein sehr schönes Wort. Also, wofür ist das Ganze gut? Worum kannst du dich auch fragen? Was soll das? Was bringt mir das? Wofür leiden? Und, wenn die Frage in deinem Leben auftaucht, wofür leiden? Und du sagst, für gar nichts. Es lohnt sich nichts, dafür zu leiden. Na, das wäre eine ganz dumme Antwort und zwar eben, wie gesagt, einfach deswegen, ums Leiden kommst du nicht drumherum. Ja, eine gewisse Menge Leiden findet sowieso statt. Also, lass es mich so ausdrücken, vielleicht ist der Deal, den das Leben dir anbietet, dass du sagst, lieber Mensch, du wirst ein gewisses Maß an Leid in deinem Leben erleben, kommst du leider nicht drumherum, ist eingepreist, ist sozusagen, it's not a bucket's a feature, aber du kannst dir in Maßen raussuchen, wo und wie du leidest und du kannst dir fast komplett frei raussuchen, wofür du leidest. Also, an welcher Stelle du dich anstrengst, an welcher Stelle du dir blutige Ballettfüße holst oder, ich war ja mal Kirchenmusiker, ich habe mir in einem, vor einem Weihnachtsfest, als ich in der bitterkalten Kirche das Weihnachtsstück geübt habe, mal tatsächlich die Fingerkuppen angefroren. Das heißt, die waren dann ungefähr eine Woche lang rötlich und gefühllos, bis die Nerven wieder nachgewachsen sind. Ich erzähle die Geschichte, ich lache drüber, mir ist mir aufgefallen, die meisten Leute, denen ich es erzähle, dass ich mir im Winter an der Kirchenorgel die Fingerkuppen angefroren habe, die finden das jetzt nicht so lustig wie ich. Ich lache drüber, ich meine, mein Gott, das bringt der Beruf so mit sich. Und wenn dann andere hören, was ich Tag ein, Tag aus verbringe, damit ich Texte schreibe und Texte lese und Podcasts höre und Podcasts bespreche und Hörbücher höre und mich mit NLP-Konzepten beschäftige und Seminare gebe ich mal. Eine der größten Ängste von vielen Menschen ist es vor, vor Leuten zu sprechen, vor Gruppen zu sprechen und so weit in der Richtung. Wie oft kommen, so nach einem Blog-Seminar, ich hatte jetzt neulich wieder ein Blog-Seminar, das war Master, fünf Tage Training und du weißt, als Trainer hat man eigentlich nie seine Ruhe. In der Pause kommen Leute, über die ich mich freue, weil es sind schöne Gespräche und auch in Kleingruppen kommen Leute, das heißt, es ist wirklich dann von 10 Uhr bis zum Teil 20 Uhr, fünf Tage lang einfach Betrieb und manchmal kommen Leute und fragen hinterher, warum ist es nur noch gut, wie hältst du das aus und manchmal gucke ich dann und sage, ja, also, manchmal glaube ich sogar, es gibt mir mehr Kraft, als es mich kostet, wobei ich ehrlich zugeben muss, wenn ich an den Abend in meine Wohnung zurückkomme, der sieht man es dann ein bisschen anders in diesen Tagen meine Kraft und meine Energie woanders hinfließt, trotzdem, es lohnt sich. Das ist die Stelle, wo ich sage, es lohnt sich. Dafür bin ich bereit, dieses Maß an Leid, welches mir gering erscheint, das ist ja das Wichtige, welches mir gering erscheint, dafür bin ich bereit, das aufzunehmen. auf mich zu nehmen und deswegen vielleicht zum Schluss nochmal eine weitere kleine Nebenbedeutung des Wortes Wortes Leiden, das gibt es ja nun auch mit einem kleinen L geschrieben, also nach dem Motto, ich kann dich gut leiden oder ich kann den nicht leiden und wenn du irgendjemandem sagen würdest, ich kann dich gut leiden, was bedeutet das eigentlich? Es bedeutet, dass du jemandem sagst, du bist mir so wichtig, dass ich für dich sogar Leiden auf mich nehmen würde, weil es bedeutet, ich kann dich erleiden, erdulden, ertragen und ich bin jetzt mal ehrlich, also jede Beziehung, jede einzelne Beziehung, die du führst, wird auch zwischendurch Momente enthalten, wo du dir denkst, warum tue ich mir das eigentlich gerade an? Das heißt, auch in jeder Beziehung gibt es Freud und Leid, also wenn du nur Beziehungen führen möchtest, die ausschließlich aus Sonnenseiten bestehen, dann wäre mein Haupttipp, beginne keine Beziehungen, die länger als drei Stunden dauern sollen. Dann nach drei Stunden, fünf Minuten spätestens, kommt das erste Moment, wo du dir denkst, hups, also wenn du sagst, ich kann dich gut leiden, dann drückst du damit auch aus, dass diese Person dir so wichtig ist, dass du bereit bist, für diese Person ein gewisses Maß, das muss man immer dazu sagen, ein gewisses Maß an Unbill, an Unangenehmen, an Anstrengenden oder sonstigen Dingen zu erleiden. Das ist es. Das ist die Passion und die Passion. Das ist die Leidenschaft. Das ist, wie die Wissenschaft und die Freundschaft, das, was du mit deinem Leiden erschaffst. Jetzt könnte man einen zweiten Podcast hinten dran kleben zum Thema Ziele und Visionen. Zum Glück gibt es den schon, wobei ich glaube, dass über die großen Ziele und Visionen war ein Newsletter. Ich werde das hinterher recherchieren und werde es in den Text unter diesem Podcast runterschreiben. Es gab einen Newsletter, da hatte ich mal irgendwann einen geschrieben, wo ich auch betont habe, wie wichtig es wäre, seiner Leidenschaft zu folgen, also seinem Bliss, seinem Fixstern, das, wofür es halt wert ist, zu leiden. Und dann hat mir eine Leserin zurückgeschrieben, ja, Ralf, nett geschrieben, aber mein Gott, wie finde ich denn das, wofür es sich lohnt? Und dann habe ich darauf ihr eine Antwort geschrieben. Und diese Antwort wurde ein Newsletter und den suche ich hinterher raus und verlinke ihn unten. Während ich hatte neulich einen Podcast, da ging es um die Bedeutung der Vision, wobei da die Idee mit dem Leiden nicht so prominent drin ist. Also, du merkst, du kommst nicht so rum, Leiden gehört mit dazu, aber gute Nachricht, es muss gar nicht schlimm sein, wenn du das Leid findest, was in deinem Leben vielleicht ein bisschen ist wie Chili. Ich meine, Chili hat ja auch keinen Geschmack im eigenen Sinne, sondern es reizt die Schmerzrezeptoren im Mund. Das heißt, Chili ist, wenn man sich absichtlich Schmerzen zufügt, wenn man absichtlich leidet und dann irgendwie so, lecker. Und genau so ist es vielleicht, wenn du am Klavier Tonleitern spielst oder dir die Füße blutig tanzt. Ich weiß nicht, was deine Leidenschaft ist, aber vielleicht wäre jetzt einfach mal ein Augenblick daraus zu finden, wofür du bereit bist, dieses Leid auf dich zu nehmen. Ich erwähne nochmal am Ende das, wofür ich ein Leid auf mich nehme, was für mich ein geringes ist und wo ich weiß, ich kann mir und anderen Leuten damit eine Freude machen, ist halt der Newsletter und der Podcast und das Webinar und darum sage ich es mal ganz offen, die Währung, die für solche Sachen im Internet üblich ist, wenn man sich dafür bedanken möchte und sagen möchte, lieber Ralf, ich freue mich so, dass du diesen Podcast und den Newsletter und die Webinare jede Woche einfach so in die Welt schickst. Das ist Klicks und Likes und Abos, denn ich bekomme inzwischen ziemlich viel sehr schönes und aufbauendes Feedback zu den Podcasts oder den Newslettern. Bitte entschuldige, wenn ich nicht immer gleich oder manchmal auch gar nicht antworte, ich lese das alles mit voller Aufmerksamkeit, aber mir fehlt zum Teil die Zeit, es zu beantworten. Das schönste Dankeschön, wenn ich mal ganz ehrlich sein darf, ist es allerdings, wenn du irgendetwas Likes oder abonnierst oder weiterempfiehlst, denn die Anzahl der Follower, das ist die Währung im Internet und ich freue mich natürlich über jeden Einzelnen, der das Ganze hört und liest und sich freut, aber ich würde mich ehrlich gesagt tausendmal mehr freuen, wenn es tausendmal mehr Leute sind und von daher die große Bitte von mir an dich, überleg dir einen Menschen jetzt, wo du denkst, ui, den kann ich gut leiden und drum tue ich dem den Podcast übers Leiden, Leiden, weiterleiten, ach, das ist für den Franken schon schwierig mit dem D und dem T und wenn du Lust hast, dann würde ich mich freuen, wenn du hier irgendwo auf kommentieren, abonnieren, besternen und ähnliches klickst und drückst. Das war's für diese Woche, nächste Woche kommt dann am 29. Oktober ein Podcast über Wut, über Wut, ein bisschen anders als Passion, aber sei gespannt, was kommt, wenn dann nächste Woche der wütende Podcast kommt, das war der von dieser Woche zur Leidenschaft, zur Passion, zur Passion. Alles Gute, bis nächste Woche. Tschüss.